Wie gut kennst du deinen Verein? Schalke Edition. Ich bin hier mit Thomas. Wir fangen an. Wer war der letzte Bundesliga-Torschützenkönig von S04? Bundela. Absolut korrekt. Wer war der teuerste Neuzugang? Breel Mbolo, Nabil Bentaleb, Ozan Kabak, Sebastian Rudi. Ich würde Mbolo nehmen. 25 Millionen. Es stimmt auf jeden Fall. Jetzt umgekehrt. Welcher Spieler hat Schalke 04 die meiste Ablöse eingebracht? Sané. Zu leicht die Frage, oder? Nö. Wer ist der Rekordspieler von Schalke 04 in der Bundesliga mit 477 Spielen? Olaf Thon, Klaus Fichtel, Maik Büskens, Mesut Özil. Fichtel. Alles richtiges, Herr Scheiße. Der weiß alles. Wer hat den entscheidenden Elfmeter gemacht? 97 gegen Inter. Wilmot. 5 von 5. Du hast auf jeden Fall schon mal gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben nämlich noch eine Frage vorbereitet. Wann gewann Schalke 04 das letzte Mal den DFB-Pokal? 2-11. 6 von 6. Thomas, du hast absolut verdient. Du kennst Schalke. Respekt, Glückwunsch. Danke, vielen Dank.